ja hallo liebe leute schön dass ihr wieder dabei seid ein moin aus hamburg sendet euch der efrosch es gibt eine neue tesla app in der version 4.24 und ich denke diese version wird ausschließlich für ios erstmal zur verfügung stehen weil hier geht es nämlich um die app kurzbefehle von apple die jetzt mit integriert ist und direkt angesteuert werden kann beziehungsweise über die app kurzbefehle kann man im halte tesla ansteuern und das wollte ich mal zeigen ihr seht hier oben vielleicht auch zufällig vielleicht auch hier dieses nette kleine feature da wird nämlich die loot box die beute box angeleuchtet und aber das jetzt nur am rande wenn man draufklickt dann sagte mir nämlich wie ich hier über empfehlung punkte verdienen kann und prämien bekommen kann wenn man das gerne möchte da wird man im halt öfter mal wieder darauf hingewiesen gestern zum weiter wurde ich darauf hingewiesen dass ich auch probefahrten vermitteln kann auch das bringt dann jedes mal 100 gutschriften 100 punkte gutschrift aber das nur am rande lasst uns mal einmal in die app gucken und zwar in die apple app kurzbefehle seht ihr ganz oben in der obersten zeile kurzbefehle und wenn ich das hier öffne dann bekomme ich hier erstmal so eine übersicht über schon bestehende kurzbefehle die vordefiniert sind und ganz unten dazugekommen ist jetzt eben halt auch und wenn ich sage alle anzeigen dann zeigt er mir halt schon eine ganze menge mehr vom verregeln entregeln vorklimatisieren wächtermodus ein und ausschalten hunde modus aktivieren deaktivieren den ladeanschluss und so weiter bevor das kann man eben halt hier direkt mit einem kleinen klick erledigen in der apple eigenen kurzbefehl app das ist schon mal eine ganz nette geschichte ich kann aber auch über automation meine automation wollte ich gar nicht moment muss man selber kurz gucken ich kann hier oben auf das plus drücken und sagen und diesen reiter hier unten hoch schieben und dort gibt es unter apps nämlich eine übersicht aller zur verfügung stehenden kurzbefehle für tesla in diesem fall natürlich klar sind noch mehr drin aber uns interessiert natürlich jetzt erstmal der tesla und dort sind immer halt alle befehle nochmal aufgeführt von alle fenster schließen bis hin zu infotainment medialautstärke einstellen oder sogar den das furzkissen über das verfahren emissionsprüfung kann man sogar hier drüber starten wenn man möchte und weil ich hier ein model y zur verfügung habe steht hier auch der biowaffenschutz modus wird hier mit aufgeführt und so weiter und so fort und wenn ich jetzt hier auf irgendwas gehe im moment ich gehe mal auf ich muss ein bisschen aufpassen das auto ist 100 meter weit weg jetzt muss also genau überlegen was kann ich denn mal hier machen ohne dass das irgendwie zufolge hat dass ich gleich dahin latschen muss gehen wir mal auf die lichthupe und hier kann man eben halt auch noch das definieren wann denn diese lichthupe überhaupt betätigt werden soll es wird also sozusagen ein skript erstellt nämlich wenn eine eingabe zum beispiel das datum das ist genau oder hat einen beliebigen wert und 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 das kennen vielleicht viele von euch auch von anderen skript programmierung da kann man schon sehr sehr viel draus machen und hier heißt es jetzt wenn also das aktuelle datum genau der 21 ist zum beispiel dann um 18 42 das werden in zehn minuten die hat er automatisch eingesetzt wird die lichthupe einmal betätigt sonst kann man auch noch reingeben wird diese schleife wenn beendet ja es hört sich sehr kryptisch an ich weiß aber ich weiß nicht wie ich das erklären soll das sind eben halt so abläufe die voneinander abhängig sind und ja es ist dem halt so eine art skripting und wenn das fertig ist natürlich auch fertig und dann habe ich hier mein skript wenn heißt es jetzt nur das kann man wie vieles einmal umbenennen logischerweise aber hier nicht glaube ich irgendwo da umbenennen da sage ich mal lichthupe lichthupe in zehn minuten hier fertig und da jetzt habe ich mein kurzbefehl hier kreiert und zwar soll die lichthupe eben halt nur dann getätigt werden wenn im halt die richtige uhrzeit erreicht ist sonst soll die schleife wenn abgebrochen werden ich drücke jetzt einmal drauf und er sagt lichthupe wird betätigt und zwar in zehn minuten davon gehe ich mal aus kann ich jetzt nicht kontrollieren wie gesagt weil ich nicht beim auto bin aber so ungefähr kann man sich das vorstellen so kann man sich im halb viele viele aktionen selber zurecht programmieren ja es ist eine art programmierung und ja schon eine coole sache da kann man wirklich viel mit rumspielen und sicherlich viele tolle sachen machen ja das zur tesla app 424 wie gesagt ich gehe davon aus dass es die dieses update erstmal verändert nicht geben wird ich weiß auch bei android gibt es so eine art kurzbefehle die man dort automatisch ausführen lassen kann das ist aber meines wissens relativ begrenzt und ist eigentlich nicht vergleichbar mit dieser programmatischen umsetzung hier bei apple iphones ja ich hoffe die information hat euch ein bisschen gefallen und ich freue es über morgen urlaub und von daher werdet ihr erst nächsten tagen nichts mehr von mir hören aber ich komme zurück gehe ich mal von aus und dann geht es weiter mit den videos von mir okay vielen dank für interesse tschau tschau